Schrauber, Schrauber, Schrauber! Ah, Scheiße. Scheiße nicht. Unbedingt zum Schmidi. Unbedingt. Jetzt bin ich aber gespannt. Da kann man jetzt mal gut liefern. Da kann man jetzt mal definitiv gut liefern. Verleg einmal. Haben wir da sogar mal Unikate, was ich vielleicht da noch weggegeben will. Voll schon Havara. Ah, kein Unikat, aber was normales. Schauen wir mal nur ganz kurz drüber. Verwunschbar. Barriere, das will ich mir noch aufheben. Ja, dich gebe ich weg. Natürlich, dass ich eh kein Flammenschild oder irgendwas ansatzweise in der Richtung hätte. Ist das in Ordnung. Irgendwas offen, Sockel oder irgendwas in der Richtung? Nee, passt. Weg damit. Das hebe ich noch auf. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Damit ich wenigstens ein bisschen am Platz habe. Passt. 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 So, wo ist jetzt der Havara oder in welche Richtung ist der schon wieder motiviert? Aha. 228, das ist nicht viel. Da mache ich drei mal, vier mal auf. Was machen wir da am besten? Da nehme ich das Kappel zum Beispiel. Da nehme ich das Kappel und dann mache ich zwei, drei mal und dann entweder kriege ich was Gescheites oder bin ich neu gestehen. Aber. Na ja. Dann schaue ich mal da kurz vorbei. Was soll ich denn da schon wieder freischalten? Zeig her. Zeig her. Das würde mich jetzt aber echt interessieren. Ich muss euch sprechen. Das würde mich jetzt echt interessieren, was ich da schon wieder freischalten kann. Hm. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt gehabt mit dem Alptom Dungeon. Ja. Ich hätte jetzt so 90% alles gemacht. Dienen sie euch? Oder einem anderen? Es spielt keine Rolle. Ich werde euch das Okkulte lehren. Beginnen wir mit der Herstellung eines Siegels. Ah. Siegelpulver. Okay. Das wird ein Alptom Siegel für Stufe 16 bis 20. Bist du eppert? Kann er aber eh alle. Achso. Okay. 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 Der Flanke. Bist du eppert? Ja. Einmal bitte. Danke. Ach. Okay. Okay. Alles klar. Heilig für Macht. Aha. Okay. 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 Gut zu wissen. Cool. Definitiv cool. Möge der Vater euch. Wissen wir jetzt. Definitiv besser Bescheid. Und einiges besser. Hm. Kann man irgendwo. Ich wollt grad sagen. So kann ich irgendwo Belohnungen einheimsen. Mhm. Ja. Ist da. Habe ich es auch. Da fehlt mir eigentlich quasi nur ein. So ein Haverer. Und tschüss Papa. Wo ist denn das am besten? Ist es da oder was? Wo ist denn das? Scheißdreck. Da bin ich immer schwer mit den ganzen Namen und alles. Was? Da habe ich es auch. Wo ist es das? Legionsereignis. Ah. Ich wasche, ich wasche, ich wasche. Das ist das. Ein Event wieder. Müsste dann eigentlich da die jeweilige Mission sein. Also wir können sicher auch da zunehmen oder? Aha. Könnten wir eigentlich einen Dungeon starten. Aber das ist dann wieder was extra. Nein. Das gehört auch noch dazu. Das gehört auch noch dazu. Das ist dann wieder woanders. Ja. Das passt dann eh. Kommt halt wieder drauf an, ob er mitmachen möchte oder nicht. Ja. Auf Risiko angelehnt. Soll ich mitmachen, der Hund. Soll ich mitmachen. Außer eh schon wieder woanders drin. Dann schützt es gleich wieder ganz ganz auf.